Wo gehst du hin Jan? Ich hab sieben Tage gefangen Hallo Heroin Heroin nein Heroin Heinrich Was geht ab? Der Hero Heinrich ist wieder da Jungs Keine Sorgen Heroin Heinrich Rast mal nicht gleich aus Heinrich ey was geht Wie viel kostet es denn? Wie viel kostet es denn Digga Nicht viel, bei mir immer gute Immer nur Freitag zu Freitag Okay nein Ey nein Heinrich Nein, man kann sogar ein Heroin mehr verticken Oder was? Ich hab heute nicht mein Heroin genommen Okay, nice alter nice ey Oh, ohne Schild, ich bin ja größer Ja, ja, ja Das hat immer am Injekten sein Alter Du hast mir ein Heftuch gegeben Das ist russisches Roulette Du musst dran Du musst treffen Okay, du musst dran Schieß 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 Das ist denn tot Oh mein Gott, es ist sowieso Nein, schieß Oh mein Gott Ah, nein Lol Jonas hat ihn gemessert Ja der war wahrscheinlich aufka Achso Ja der war nicht aufka Ne Wer hat eigentlich gewonnen Wir sind beide gestorben Aber ich hatte, du hattest sex, aber ich hatte 19 Also hab ich gewonnen. Weil ich weniger hatte. Achso. Hä, da hätt' ja einfach die ganze Zeit in den Kopf schießen müssen. Hä, ne, das ist voll dumm. Warte, man muss ja wenig zufügen. Richtig. Haha, so. Jan trabt das Game jetzt auch endlich. So geht das. Eigentlich heißt das Game ja, wer als erstes gebannt wird, ist cool. Werd' ich erstmal so sagen. Ja, ja. So geht das. Nice, als ob. Heinrich. Ey. Schill mich. Wir werden alle gebannt. Leute, die am Bord. Ey, die am Bord. Ey, schill doch mal. Ey, rast doch nicht gleich aus. Ich glaub, Heinrich ist sogar noch der ruhigste und normalste von uns. Heinrich. Wir müssen zusammen down sein, um zusammen high sein zu können. Ja. Jo, ich bin down. Lass zusammen down sein, dann können wir zusammen high sein. Los Heinrich, geh down bitte. Heinrich, bitte geh down, ich möchte mich high sein. Nein, nicht töten. Sehr schön. Ja, jetzt können wir zusammen high sein. Ja, jetzt können wir zusammen high sein. Das ist mein Lebenstraum. Ey, der ist im Heaven. Ey, du musst auch down sein, damit du high sein kannst. Hey. Da war so Fly im Heaven. Fly im Heaven, so. Ey, Liga, lass jetzt zusammen high sein, nachdem wir zusammen low waren, okay? Ey, komm komm, lass hier in die Ecke gehen. Komm, wir gehen jetzt in die Ecke und ziehen eine Line, okay? Lass mich hier eine Line ziehen in die Ecke. Warte, ich geb mir ne Ladung. Ich glaub, ich hab einen abgerufen mit der Granate. Leute, 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 Leute. Wartet, wartet. Ich guck, ob die Bullen kommen. Macht weiter. Ey, Leute, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Kommen alle zu mir in die Ecke. Ich seh gar nicht. Ey, wir spielen jetzt ein Spiel, okay? Wir nehmen alle den Nade in die Hand. Und rechtsklick. Ne, ne, Explosivgranate, ne? Ja, ja, ja. Jonas, auf zwei lassen wir sie alle los, okay? Und was dann? Und dann haben wir gewonnen. Eins, zwei, drei. Loll. Warum rennt ihr weg? Weil du oben bist. Jetzt ist endlich auch unser Leiser-Ganz. Jetzt ist endlich hier, aber jetzt müssen wir nur so. Ja, der geht auch, der muss immer durch Eislafen am Rutsch. Loll. Deswegen jetzt, deswegen jetzt muss er noch nicht stehen. Heilsmaul, ich spiel gut. Hey, heilsmaul. Ja, ja, ich bin mal los. Ey, wer hat Bock auf Hearthstone? Was ist das? Ein scheiß Spiel. Das ist voll lustig, ich spiel das ja in letzter Zeit. Hä, bist du doof? Wieso spielst du da? Das ist so ein Kartenspiel. Wer hat Bock auf Heroin? Ja, komm, lass mir mal Heroin nehmen. Jonas, willst du was krasses sehen? Alter, das war so krass. Alter, das war so krass. Alter, das war krass. Ey, spend mal bitte jetzt nicht wumm. Das ist so krass. Alter, Jaywonderpick ist so krass, Alter. Ihr wollt also doch Heroin? Ja. 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 Ich leg euch ne weiße Line, guckt nach vorne, guckt nach vorne. Leute, guckt nach vorne, ich leg euch ne weiße Line. Ihr müsst nur reingucken. Oh, ja. Herr Prime, ich bin Ihnen sehr zutiefst nicht dankbar. Oh, nein. Ich geb dir 360 Noscop oder 180. Wunderpick. Wo gehst du hin, Jan? Ich hab sieben Tage. Ja. Ey, Jan, wo bist du, Alter? Ich bin gleich bei B. Sieben Tage nicht smurfen, ey. Okay. Okay. Okay, will ich jetzt auch gebannt werden? Ich weiß es nicht. Ja, machs mal Jan. Ich weiß mich auch. Hä, bist du doof? Ich spiel doch kein Harz an. Okay, alle Bannen. Warte, wen will ich töten? Bot Volley? Nee. Steve? Nee. Nein, das mach ich. Heinrich hat mir direkt aufs Profil kommentiert. RIP. Ich machs. Bitte. Das ist mein Kill. Nein! Ich bin gebannt worden. Ja? Ja. Ja. Sie wurden rausgewandt, weil sie ihren Teamkameraden durchzuschauen. Bam! Ey, lass mal zwei Stunden spielen. Ich hab nur zwei Stunden Bannen bekommen. Ich wurde gestern aber auch gebannt, weil ich... Ich hab gestern auch... Ich hab gestern einen halben Stunden Bannen. Nee, oder war es... Vorgestern, glaub ich, einen halben Stunden Bannen und heute in zwei Stunden. Weil du bist einfach Junge, du hattest Internetsperre oder so, 22 Uhr, bist rausgelegt und dann hatte ich keinen Bock mehr und hab einfach die Teamkameraden ums Bannen getötet. Deine Pfannen. 1. Und wieder in die Musik. 2. 5.